Wir haben uns darauf konzentriert, auf die Spieler, die wir haben, haben mit denen wieder gearbeitet und werden jetzt auch alles dafür tun, dementsprechend am Wochenende ein gutes Spiel zu machen. Wir wollen unbedingt gewinnen. Ich glaube, auch in Osnabrück haben wir gesehen, dass es jetzt auch mit der Konstellation, wie wir sie jetzt haben, möglich ist, Chancen heraus zu spielen. Es ist auch möglich, Tore zu machen. Ich halte nichts von Wiedergutmachung, weil du kriegst Spiele nicht mehr zurück, aber du hast halt die Möglichkeit, im nächsten Spiel die Dinge einfach besser zu machen. Es ist so, dass man seit Februar keinen Heimsieg mehr gefeiert hat und das sollte doch Ansporn genug sein, für jeden einzelnen Spieler am Wochenende rauszugehen und alles dafür zu tun, dass wir das Spiel gewinnen. Das jetzt mal unabhängig von der aktuellen Situation, die jetzt gerade auch wirklich bis in die Tiefe auch besprochen worden ist. Aber wir haben halt Spieler noch und auch Spieler auf dem Trainingsplatz und am Wochenende auch auf dem Feld, die auch in der Lage sind, guten Fußball zu spielen. Wir müssen es machen. Wir müssen einfach handeln. Wir müssen so handeln und diese Wut oder diese Enttäuschung, die wir in Osnabrück gespürt haben, vielleicht ein Stück mitnehmen in das Spiel, trotzdem klaren Kopf bewahren, uns auf unsere Inhalte konzentrieren. Wir haben mit Paderborn eine Mannschaft vor der Brust, die im Pokal in Dresden ausgeschieden ist, die aber schon unterschiedliche Ordnungen gespielt haben, sowohl mit als auch gegen den Ball, die sich auch auf verschiedenen Positionen verstärkt haben, die neuen Trainer haben, damit auch ein bisschen eine andere Art, Fußball zu spielen haben, aber trotzdem eine gute Qualität in ihren Reihen haben. Wir haben auch vorne im Sturmzentrum, ist ja jetzt nicht so, dass wir gar keinen Stürmer haben. Ja, wir wissen, dass wir da nicht wirklich nachlegen können. Das Thema haben wir jetzt gerade ausführlich besprochen. Das wissen wir. Das war in Osnabrück schon so. Und trotz alledem haben wir ja Möglichkeiten, dann mit anderen Spielertypen vorne zu arbeiten. Zunächst einmal wissen wir um die Problematik. Wir wissen darum, dass wir aktuell durch die Abgänge natürlich unterbesetzt sind, gerade in der Offensive. Wir haben auch gesagt, dass wir schnellstmöglich natürlich Spieler verpflichten möchten. Es muss eben auch wirtschaftlich und sportlich passen. Es muss zum einen, muss die volle Überzeugung unserer Seite da sein in den Spieler und auf der anderen Seite muss es natürlich auch wirtschaftlich passen. Man hat immer als Trainer natürlich gerne so früh wie möglich den ganzen Kader zur Verfügung. Aber die wirtschaftliche Situation, die Clemens auch gerade eben noch genannt hat, lässt es halt einfach nicht zu. Deswegen sprechen wir auch jedes Mal von einem Wiederaufbau. Das habe ich vom ersten Tag angemacht. Natürlich haben wir auch Spieler, die in der Zwischenzeit, für die wir uns sehr interessiert haben, wir wir wirtschaftlich aber nicht umsetzen konnten. Dadurch, dass wir eben erst verkaufen mussten, haben natürlich Spieler auch bei anderen Vereinen unterschrieben. Und natürlich umso kürzer der Zeitraum auch zur Schließung des Transfermarktes ist, umso schwieriger wird es natürlich auch. Ich kann die Unruhe, die Unzufriedenheit, natürlich können wir das verstehen. Ich kann es nur mal wieder sagen, wichtig ist, dass wir im Einklang sind und wir wissen um den Bedarf, den wir eben auch haben. Wir sind selber nicht so wirklich glücklich damit, dass wir das jetzt noch nicht so weit gebracht haben, dass der Kader schon ein Stück weiter ist. Also da ist schon eine gewisse Unzufriedenheit bei uns auch, aber die treibt uns nicht zum Aktionismus.